Während andere prominente Kollegen gerne private Einblicke in ihr Leben gewähren, hält sich RTL-Moderatorin Katja Burkhardt lieber zurück. Auch wenn die schöne Blondine regelmäßig für ihren Job vor der Kamera steht, Privates bleibt privat. Bis jetzt. Die 54-Jährige teilt zum Muttertag einen zuckersüßen Schnappschuss aus ihrem Fotoalbum. Auf den ersten Blick fragt man sich, ist Katja Burkhardt etwa wieder schwanger? Nein, ist sie nicht. Die Punkt12-Moderatorin teilt mit ihren Followern eine herzliche Erinnerung aus der Schwangerschaft mit ihrer Tochter Katharina und zeigt sich damit privat wie nie. Es ist das erste Mal, dass man Katjas älteste Tochter Marie-Therese zu sehen bekommt. Auf dem Foto ist die heute 17-Jährige noch ein kleines Mädchen und kuschelt sich mit breitem Grinsen, dunklen Haaren und süßen Knopfaugen eng an Mamas Babybauch. Ein herrlich liebevoller Moment, an den die Moderatorin mit ebenso liebevollen Worten zurückdenkt. Schnappschuss von einem besonders glücklichen Moment. Ich habe viel schönere Fotos von mir und meinen Kindern, aber genau das drückt für mich aus, welches Gefühl ich mit Muttertag verbinde. Ein wirklich seltener privater Einblick und gleichzeitig ein wundervoller Moment.